Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Herzlich Willkommen hier im Hause unterm Dach zu einem wunderbaren Kabarettstückchen und ich kann Ihnen sagen, wie am heutigen Tag, am 8. März, am Freitagabend und dann so viele Leute, so viele Frauen, Männer zu begrüßen, das ist wirklich, das geht um die Annalen der Volkshochschule. Danke schön, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich riesig darüber, dass Sie heute Abend unser Publikum sind. Hallo, guten Abend, herzlich willkommen. Applaus Frauenleben, laut und leise. Ja, in unserem Leben geht es manchmal laut und manchmal leise zu mir. Zeit und heftig, traurig und lustig, wissig und naiv. Wir werden geboren, sind Kinder, durchleben eine Pubertät, machen Erfahrungen, suchen Freunde, Partner, finden uns selbst, reifen und altern und schließlich sterben wir. Wir möchten Sie heute Abend zu einer kleinen Reise durchs Frauenleben einladen und wünschen viel Spaß. Tante Friedchen, eine alte Jungfrau. Und dann kommt von fern angereist, um ihren neugeborenen Großnässen zu begutachten. Du liegst dir da, du kleine Kröte. Siehst aus wie eine alte Maus, siehst du aus wie eine gebadete Maus. Na lass, mein Du, der alle Jute, der sah das Kind nicht schöner aus. Und hier, ich bring doch was mit. Die Mäse hast du ja von Vatern. Denn du leuchten, wo du dir drin fühlst. Da sagst du denn den Grab im Skat an. Wollen offen. Du, der du besser spielst, als wie der Olle, dein Papa. Alalala. Und sieh, hast ja richtig Haare, die hat dir Mutter mitgegeben. Du Mensch, das ist nur wunderbar. Und liebe Frau, nur etwas unbequem. Dein Oller, der macht vor ihr Kusch. Wusch, 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 wusch. Sieht man dir durch die Mäse schnauben. Und wie du mit den Bähnchen tanzt. Dann sollte man dann ja nicht glauben, wie gemeine du mal wer kannst. Na? Ach, Menschenskind, ich werde sagen. Schlaf, schlaf du nach Vatern. Hör mal an. Du kannst ja auch nach anderen schlagen. Na, wirst du denn als junger Mann genauso doof wie Onkel Fritz? Zit, 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 zit. Da liegst du nur in deine Wege und fängst noch mal von vorne an. Na, Mensch, ob ich mal Kinder kriege, man glaubt ja immer wieder dran. Du machst ja nur die Windeln voll und weißt du nicht, was das heißen soll. Wenn einer dir mit Puder fährt, der ab vier Stunden der Brücken blüht, dann läufst du rum, klug oder dumm, und machst den Jensen Lied schon da. Alles normal, alles normal. Und dann läufst du rum, der ab vierten sein soll. Vielen Dank.